So, jetzt kommen noch hier die ersten spannenden Matches on Streaming. Der Junge des Geldes, prominent, ihr kennt ihn aus der Netflix-Serie mit den Spanern und der Bank. Und der Präsident, kein richtiger Ist. Nein, der hat Letch Dash. Ah ja, aber Under Pressure, das ist kein richtiger Ist. Ah. Aber es stimmt für Karin, das ist nicht. Du hast meine Introduction interrupted. Gegen? Mr. Fahrrad-Präsident himself. Gott der Unterwelt. Vater. Und? 50-facher Weekly-Gewinner. Genau. Weekly Goat. Oh, sicker Schein. No, warum? Warum schmeißt du es weg? Jetzt erstmal warten. Er geht mit seinen Stocks um wie mit seinem Geld. Es wird einfach investiert. Nichts auf die Bank. Karin ist der Fährmann, Mr. Gott. Okay, das ist Jenny, habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht, wer das ist. Wer Jenny Prenze sagt? Alter, der Bachelor himself, man. Sick. Congrats nochmal, Dennis. For sick. Ah, Dennis, ich glaube, du kriegst jetzt keine Werbung mehr, ich hab dich ge-VIP'd. You're welcome. Du verdienst uns kein Geld mehr jetzt. Bitte, bitte. Wie ist das EVEN überhaupt? Das ist dumm. Ich wollte eben, fand ich das cool, bin immer für den Underdog aus Prinzip. Ich wollte das Geld, Junge, einfach mal ein erstes Game holen, damit es hier spannend bleibt. Oh, let's go! Oh, no, sicker Sighty. Und jetzt ist er tot. Guck dir das an. Karin, der Exekutor. Hat er ja. Nevermind. Ah, Ketchup. Lol, der Downsmash. When and out. Living. Oh, what? No. Yes. Schön. Nein, nicht schön. Come back. Oh, Geld, Junge, mit den Gangles. Yes. Okay. Okay, 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 okay. Let's go, let's go. 124. Yes. Der Hashtag über die gesamte Stage. Und das, genau. Nice. Fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein Weekly, wo Konati noch in Japan ist. So, das sind so die Leute, die da sind. Aus der Ära. Außer Geld, Junge, der war halt nie da. Aber es ist so, du hast hier so Games wie Banane gegen Ofes. Und so. Obwohl Dennis vier ist. Ja, aber... Bestimmt, bestimmt. Aber hat er manchmal auch. Ganz rough ist. Wir alle werden vermisst. Ah, stimmt. Okay. Ach, das ist schade. Ein bisschen. G1. Direkt zurück. Direkt zurück. Auf die Geld Stage. Ach so, ich mach den mit. Ach so, ich mach den mit. Ich mach den selber spielen. Leider nicht. Aber ich hab jetzt letztens was richtig geiles gemacht. Ich baue mir grad eine neue Tastatur. Ja, hab ich gesehen. Sehr sick. Und ich hab halt meine Switches gebucht. Das ist so geil. Okay. Jeder will über seine Tastatur reden. Ich bin großer Tastaturfan. Erzähl mal über deine Tastatur. Ich hab hier halt so ne Tastatur. Weil... Also... Daulich ist Einsteiger für 200 Euro. Die ist gehäuse mit 4 CD. 200 Euro. Ja. Es geht viel krasser. Natürlich. Natürlich. Und halt mit so nem Switches. Was für Switches? Glorious Panda Switches. Oh, Panda Switches. Die sind richtig geil. Das sind die Profis. Die sind richtig geil. Vor allem gelooped. Das ist einfach... Gelooped. Schmack. Keine Shari. Okay. Sag was zu deinem Farbschema. Zu deinem Konzept. Rechtfertige dich. Weil ich hab gesehen, sie ist weiß. Ne, eher minzfarben. Minzfarben. Ich bin nicht so vermutende Farben. Okay. Sick. Uhu. Minzfarben ist für mich richtig... Ja, ne, ne. Ich will nur... Ich will nur zu spielen. Weißt du. Das ist eine ziemliche Zerstörung. Und wir gucken uns das jetzt hier an. Aber jetzt kannst du wieder über die Tastatur reden. Boah. Ich dachte, er macht da eine. Minzfarben, Panda. Gibt es irgendwelche Features? Hast du so ein Rädchen oder was? Ja, ein Rädchen. Ein Rädchen. Sick. Ich bin sehr zufrieden mit meiner... Ich hab die WASD Keyboard, das Case. Und hab irgendwann mal mir auf Candy Keys so ein Set geholt. Das ist das Classic Mac OS Key Set. Weil ich auf dem Mac arbeite und das ist meine Arbeitslässtatur. Und finde ich richtig geil. Sieht richtig schick aus. Rübsch. Invertiertes Baseball. Ich hab noch nie so richtig auf Mac gearbeitet. Ich wurde gezwungen. Das ist mein Job. Ist es total gut? Das Macbook ist einfach der beste Laptop, den man haben kann. Das OS ist jetzt nicht geil. Aber Windows ist auch nicht geil. Und so. Das ist nochmal gut. Ja. Linux Windows ist einfach von Microsoft. Ja, aber... Eigentlich ist das Beste noch Linux. Das ändert ja nichts. Ja, ist es. Außer du willst irgendwas machen. Außer du willst irgendwas machen. Außer du willst irgendwas mit Programm benutzen. Dann ist das überhaupt nicht das Beste. Obwohl neuerdings gibt es halt Emulationen. relativ gut. Ja, wenn du willst bist dann halt. Kann niemals so optimal sein. Uuuuh. Das wissen wir. Ich glaub bei Spiele ist es sogar besser. Manchmal ist... Weil Windows heißt so viele Hintergründe, die man mag. Stimmt, aber... Also laufen Spiele besser auf Linux? Ich halte es so lange. Ich glaub jetzt schon besser. Uuuuh. Da ist der Ausgang. Check. Jaa. Caron ist zwei Stocks hingelegen und jetzt hat der Ausgang. Ach hier. Und 3.05. Ich bin nicht. Uuuuh. I don't know. Frozen. Kein Stroh auf diesem Stream. Kein Stroh auf diesem Stream. Kein Stroh auf diesem Stream. Okay, das geht an Steven. Oh shit. Oh oh oh. Naja, das war... Er hätte diese... Edge Cancel Backyard to Shine machen müssen, von der er vorhin erzählt hat. Von der er erzählt hat. Oh 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 oh. Ist sowas wie Pardown, ja. Oh shit. Na jetzt... Na ja. Das war Inszene, die... Von den... Nein. Ohhhh. 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 Sind sie einfach Homies? Und der und mit Cheers D gleich dahinter. Punish. Punish den Homies, Doc. Yes. Schön. Richtig geiler. Kommst du ein Weltjunge auf dem Board, Alter? Oh, Weltjunge. Oh, der fucking Galintabtilt. Kein Golf, Junge. Cool, Sank. Ohhhh. 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 Schön, 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 schön. Yes. Ja, Samis. Ja, Samis. Ähh. Marius. Marius eigentlich. Ja klar. Redman hat die letzte Woche wesentlich schlechter platziert. Okay, Living. Living, Living. Let's go, let's go. Come on. Er war da, glaube ich, schlechter. Sieht da oder sowas? Ohhhh. Das ist nicht der Mangodesch? Nein. Ich finde ihn auch besser als mich, aber er hat vielleicht noch gespechter platziert. Ich finde dich besser. Ah, Mensch. Danke. Ich hab reingegangen. Sick. Wir fahren übrigens nur 3-0s. Gegen Soja, ne? Achso. Gegen Soja, ne?